Ich höre ein komisches Geräusch? Ja! Nee! Geil! Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Monstrum. Wir sind mal wieder auf der Suche nach Benzin, weil wir am Montag mal wieder sehr gut am Start für den Helikopter sind. Also ich hoffe es zumindest mal, dass es jetzt wirklich nur der Bolzenschneider und der Schlüssel und eben halt das Benzin sein wird. Wird, wird, wird wie das Gewürz. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach Benzin. Und bis jetzt habe ich echt nichts gefunden, weiß ich nicht. Dann brauchst du es mal, dann findest du es aber nicht. Das Rohr ist zu... Ja, das habe ich schon zugemacht. Gut, alles klar. Ähm... Im Wohnbereich? Waren wir jetzt schon im Wohnbereich unterwegs gewesen? Ich weiß es gerade echt nicht. Dann müssen wir nochmal nachschauen. Ich nehme jetzt ja schon so mega lange auf, eine Stunde 25 schon. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken, ob ich da jetzt schon war. Ich glaube noch nicht. Nee, stimmt. Wir haben ja eine neue Runde gestartet. Stimmt. Hier sind wir ja, hier haben wir angefangen. Stimmt ja. Kann man ja nicht hingehen. Sieht ein bisschen so aus, ob man hier hingehen könnte. Aber es scheint einfach nur so ein riesiger... Oh, hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Was bringt das denn? Warum kann man hier hochgehen? Das frage ich mich gerade. Komisch. Hier ist einfach gar nichts und du kannst hier trotzdem hingehen. Das finde ich gerade echt ein bisschen merkwürdig. Naja. Äh. Treppenhaus. Treppenhaus. Ich suche doch nur ein Treppenhaus. Treppenhaus? Treppenhaus? Den flackert schon wieder das Licht. Ich habe keinen Bock. Ich will nicht. Ich will echt nicht. Ey, ich sollte nicht so viel rennen. Das ist doof. Das ist ganz dumm. Oh. Treppenhaus. Jetzt sind wir schon wieder hier. Das Licht flackert schon wieder. Ich glaube das Geistvieh ist wieder in der Nähe. Hol' ich gleich mal die Ghostbusters. Können die denn fertig machen. Hä, wo ist denn hier? Mann. Jetzt bin ich das blöde Treppenhaus nicht. Ich will doch nur raus. Ich will ein Treppenhaus. Oder Treppenhaus. 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 Ich will doch nur raus. Geile Rhymes. Ja, siehste. Und wir können noch einen runter. Echt? Alter. Wir sind jetzt hier. Im Lover Deck. Ne. Für, für, für die Lover. Bist du Bescheid? Überliebte ist das also, dass der. Ey, hier. Ach ne, hier waren wir. Ey, ich bin auch doof. Hier waren wir ja gewesen. Wir sind ja eben durch die Container hier hoch, nach oben geklettert. Stimmt ja. Stimmt ja. Hab ich mich grad schon gewundert. Geht's hier noch ein Deck nach unten? Fand ich grad ein bisschen merkwürdig. Naja. Wir stolzieren mal. Deck 3 haben wir glaube ich angefangen. Deck 4. Übrigens immer noch sehr schön wie groß Deck 4 ist. Finde ich sehr toll. Genau. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Wohnbereich. So. Spinde werden wieder aufgemacht. Ich darf nicht rennen. Ich darf nicht rennen. Das ist eine blöde Angewohnheit, dass du nach einiger Zeit wirst du mega ungeduldig. Und dann willst du ja mal rennen. Das darfst du aber nicht. Das habe ich schon früh genug in Alien Isolation gelernt. Rennen ist quasi der Tod. Damit unterschreibst du dein Todesurteil. Hier ist der Helikopter. Guck mal, da können wir eigentlich gerade... Da können wir eigentlich mal ganz kurz. So. Schleiße. Das ist doch mega laut, ne? Spinde sei leise. Immer schön lauschen, ob hier irgendwas angedackelt kommt. Kurz reingucken. Hier ist aber nichts drinne. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Wagen. Das ist schon mal gut. Die ziehen wir da gleich noch hin. Mann, das ist doch nur Benzin, ey. Das kann doch nicht sein. Das müssen wir eigentlich gleich ganz leicht finden. Wenn dieses blöde Vieh natürlich mal wieder nicht im Treppenhaus steht und Hallo zu uns sagt. Wie beim letzten Mal. Das war ja ein bisschen Fail gewesen. So. Dann lege ich das gute Stück mal eben kurz hier ab. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und den Schlüssel. So. Ich finde das auch schön, wie jedes Schloss hier überall so ein Unlock it und Lock it Dings hat. Sehr schön. So. Aber ich frage mich auch einfach... So ein Helikopter, ne? Den du hier auf dem Schiff landest. Den brauchst du meistens ja auch mal ganz schnell. Wenn dann irgendwie... Irgendwie das Schiff untergeht, was auch immer. Da frage ich mich ernsthaft, warum das Ding nicht aufgetankt ist. Da kann ich hier irgendwie... Das ist ein bisschen blöd zu steuern, das Teil. Sag mal, jetzt... Boah. Ist zum Glück überhaupt nicht laut oder so. Ah. Hab ich gerade per Machtmove hier so... hingeschoben. Ich bin nämlich ein Jedi. So. Nehmen wir das Teil hier und einmal... Rein damit. So. Nice. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Benzin. Hoffe ich mal. Ich hoffe immer. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von da hinten, ne? Ja. Nur ein klitzekleiner Benzinkarnister, den wir noch brauchen. Und dann bin ich hier weg. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wann habe ich denn... 1 Stunde 25 habe ich die Folge gestartet. Ich muss nämlich immer bei Outer City gucken, wie lange ich schon aufnehme und... daran immer ablesen, wann immer... Das... Ich dachte, ich hätte gerade irgendeinen Fauchen gehört. Muss ich mal bei Outer City mal gucken, wann ich immer Folge beende und neu anfange. So. Oh Mann. Ich finde, hier ist es irgendwie am schlimmsten. Weiß ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass hier das... Die Monster immer am meisten rumlaufen. Wahrscheinlich kommt dieses Gefühl daher, dass es wahrscheinlich auch so ist. So. Deckel 5. Halt die Frisse. Halt die Frisse. Haben wir eine Fuse? Nein. Wir haben keine Fuse, so einen Scheiß. Oh, diese... Die Kamera... Halt die Klappe. Schnauze. Pass auf, ich gehe erstmal ganz nach unten, ja? Und dann arbeiten wir uns nach oben. Guck mal, hier sieht das auch schon mehr aus, als ob man hier irgendwo einen Benzinkanister finden würde. So. Aber außer Besteck ist hier leider nichts. Schade. Da gehe ich gleich lang. Oh nein. Nein, 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 nein. Das Gute ist... Der Geist, ähm... Wenn er uns sieht, haben wir ja kurz so einen lila Schleier ums Bild herum. Das ist immer das Gute. Dann wirst du immer direkt... Ah, der kommt gleich angepäst. Was ist das denn für eine Tür? Die sieht ja merkwürdig aus. Was sind wir denn hier? Was ist das denn? Warbringer-Aktor, oder was? Hier scheint der Maschinenraum zu sein. A44. Ich verstehe. Aber auch hier, kein Benzinkanister. Zumindest habe ich noch keinen gesehen. Hat das Ganze hier irgendeinen Nutzen? Irgendeinen speziellen Nutzen hier? Das Rad sieht so aus, ob man daran drehen könnte. Das ist ganz neues Terrain, wo wir uns hier gerade befinden. War ich echt noch nie gewesen. Hier ist wieder... Da haben wir alles. Brauchen wir gar nicht mitnehmen. Diese ganze Klumpatsch hier. Ein Telefon. Ein Telefon. Sollen wir jetzt den ADAC rufen, oder was? Ich habe das Schiffspanne. Stehen hier irgendwelche Telefonnummern? Ich will da jetzt nichts drücken, weil der Akku ist eh off, ne? Da müssen wir, glaube ich, erstmal hier irgendwo eine Fuse finden und dann... das Übliche eben halt machen. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Krass. Ah, hier war ich echt noch nie gewesen. Hier geht es noch weiter runter. Alter. Hier können wir nur runter gucken. Okay. Da ist noch ein Raum. Benzin, 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 Benzin. Benzin? Kein Benzin? Mano. Hm. Leute. Das gibt es doch nicht. Hier ist Klopapier. Aber damit kann ich auch nicht sehr viel anfangen. Leider. Gottes. Hier ist aber noch ein Raum. Ich glaube... Ich glaube aber nicht, dass wir hier das finden werden, oder? Oder kann man die Gegenstände überall finden? Hier ist noch ein Telefon. Oh. Oh. Okay, Leute. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin jetzt nach oben und dann... Machen wir einen Abflug. Wortwörtlich. Alter, wie geil. Benzin. Ja. Nice. Oh. Ich freu' mir, Alter. Ich freu' mir. Leute. Leute. Heute. Jetzt geht's ab, Alter. Nur noch nach oben gehen und dann zurück zum Helikopter. Pass mal auf. Gleich steht bestimmt wieder das... Dieses Drecksvieh da wieder. Von wo sind wir gekommen? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Ne, wahrscheinlich steht gleich wieder dieses Drecksvieh auf der Treppe. Kann man hier eigentlich... Kann man mit dem Telefon irgendwie auch irgendwas dann machen? Ich bin hier, glaube ich, völlig falsch, ne? Warte mal. Nicht laufen. Nicht laufen. Ich will immer laufen. Darf ich nicht. Das ist mein Todesurteil. Hier waren wir schon. Oh, ich weiß es jetzt schon. Wir werden gleich wieder mega verkacken. Ich hab's im Urin. Von wo sind wir denn? Von wo bin ich denn gekommen? Scheiße. Äh, ich meine, wie doof. Fuck, jetzt wird mal mein Video wieder demonetarisiert. Krieg kein Geld mehr von YouTube. Naja. Äh, wo war denn? Ich hatte aber eben hier doch irgendwo ne Tür gefunden, ne? Hier war doch eben irgendwo ne Tür. Das Spiel verarscht mich hier grad ein bisschen. War wohl ein Stockwerk höher gewesen? Von wo sind wir denn hier gekommen? Das war doch hier irgendwo eigentlich, war ich der Meinung. Ernsthaft. Ich hab ihn doch gerade gehört. Alter, ich hab ihn doch gerade gehört. Dieses Geburme, das kommt doch wieder von dem, Alter. Ich, ne. Wenn er mich jetzt holt, ich... Nein, bitte. Lass es einfach sein. Bitte. Ich kann mich auch nirgendwo verstecken. Sch... Schnauze. Ah, hier. Problem ist ja, der braucht dich ja nur einmal erwischen, dann bist du instant tot. Komm, Treppenhaus, Treppenhaus. Hier ist abgesperrt. Das bedeutet... Das wir hier schon gewesen waren. Nein, nein. Hier. Hier. Komm, hoch, hoch. Hoch. Was heißt hoch, hoch? Geh langsam und vorsichtig hoch. Safety first, liebe Freunde. Das Licht. Dieses scheiß Licht, ne? Hier. Ich warne dich, Spiegel. Ich warne dich. Ich raste echt aus. Wenn er mich hier nochmal... Will ich gar nicht rein. Ich muss einen Ausgang finden. Kamera. Puh. Ganz ruhig. Hier waren wir überall auch noch nicht gewesen. Hier sind alle Türen noch zu. Oh nein. Ich will doch nur raus, Mann. Jetzt finde ich keinen Weg nach draußen, ey. Soll ich ein Witz sein? Nein. Oh. Okay, pass auf. Ich glaube, wir müssen noch eine Etage höher. Wir sind auf... Deck 6. Deck 7. Hier. Ausgang. Alter Finne. Ach, hier steht auch Benzin. Ernsthaft? Das nehme ich jetzt einfach aus Prinzip mit. Weil es kann. So. Zweimal Benzin. Hält besser. Können wir zwischendurch während des Fluges noch tanken? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh nein, ich muss... Scheiße. Ich muss eine Etage noch nach unten gehen. Nein. Ich bin zu hoch. Ich bin einfach wieder abgehoben. Also, ein runter. Das macht mich schon gleich viel, äh... Das macht mich schon gleich, äh, ganz munter. Aber... Oh ja, halt die Klappe. Komm, bitte. Diese Kamera, ne? Junge, bewegt dich doch mal. Warum bewegt die sich nicht weg? Ich warte jetzt kurz. Jetzt. Schnauze. Es geht hier nirgendwo noch draußen, Mann. So ein Witz. Oder war das doch hier gewesen? Deck 5? Hier! Ah, endlich! Alter, du... Meine Fresse, der jagt dann das Spiel auch noch da durch die ganzen Gänge hindurch. So, schön langsam und vorsichtig. Auf geht's zum Helikopter, Alter. Ich bin weg hier. Ich bin schon so gut wie weg. Alter! Ey, Tobi, spiel mal wieder Monstrum. Mhm. So, da sind wir endlich. Alja, Finney! Meine Fresse! So. Ist mir direkt reingepullert. Und jetzt... Wie... Das... Wie... Mach... Mach das Ding an! Muss ich hier irgendwas noch... Wow. Hebe auf! Ich kann da noch mal reinfüllen. Okay. Oh, gut, dass ich die mitgenommen hab, Alter. Man baut tatsächlich zwei Kanister. Ist ja krass. Ja, sperr dich wieder selbst ein, du Pfosten! Versteck mich jetzt hier drin. Ich hoffe, dass er mich hier nicht findet. Sonst... Ich raste wirklich so aus, wenn er mich hier... Ich hab Angst. Wirklich. Ich hab... Mega... Das werden wir nicht überleben. Das war doof. Ich hätte ein paar... Ich hätte die anderen Container auch zumachen sollen, damit er da reingucken kann. Scheiße. Wie lange dauert das denn, Mann? Tank schneller! Ich werd grad mega nervös, Alter. Komm, mach hinne! Mach hinne! Los! Mach! Mach! Wie lange tankt der denn da, Mann? Das kann doch nicht so... Ich hör'n komisches Geräusch. Ja! Nee! Geil! Nein! Nein! Geh weg! Nein! Nein! Das ist doch nicht dein Ernst! Alter! Dieses Kackspiel! Dieses Kackspiel! Alter! Wirklich! Das glaube ich jetzt nicht! Das glaube ich jetzt wirklich nicht! Da... Da... Da willst du zum Helikopter rennen? Da kommt der an dir gescheißert! Da steht dann der Helikopter... Was ist... Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Das Spiel ist einfach nur demütigend! Das ist echt nehm! Und das ist ein anderes qui... Weg jetzt... Das ist ein bisschen unhappieriger! Wie geht das? Du hast du das하� Gene... Das kann. Mir ist die... Da? Oder ist das geschehen! Da. Dürfen... Da! Waffel... Da. Da... Nie wieder Nie wieder Wirklich Ich Ja Ja Ich glaube Ich Werde da mal ne Runde Rasen hingehen Ne Ich 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 Das war's für heute.